Warum bei einem Bestandsrentner die neuen Zurechnungszeiten für eine Erwerbsminderungsrente nicht gelten? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von RentenBescheid24.de. Wir haben wieder aktuell eine tolle Schnellfrage reinbekommen. Also sehr geehrte Damen und Herren, ich beziehe seit dem Jahr 2000 eine Rente wegen voller Erwerbsminderung. Das ist also für mich die alte EU-Rente. Die gesetzlichen Regelungen für die Anerkennung von Zurechnungszeiten, Erhöhungen haben sich ja mehrmals geändert. In den jährlichen Rentenanpassungsbescheiden kann ich keine Änderung erkennen. Kann ich diese Erhöhung der Zurechnungszeiten für meine Erwerbsminderungsrente als Bestandsrentnerin in Anspruch nehmen und die Rente neu berechnen lassen? Nein, grundsätzlich nicht. Die neuen Zurechnungszeiten gelten immer für diejenigen Rentnerinnen und Rentner einer Erwerbsminderungsrente oder einer Rente wegen Todes, die ab dem Zeitpunkt der Geltung der neuen Zurechnungszeiten diese Rente in Anspruch nehmen. Das heißt also, für Bestandsrentner, die davor eine Erwerbsminderungsrente bekommen haben, gelten die neuen Zurechnungszeiten grundsätzlich nicht. Sie haben eine Erwerbsminderungsrente oder eine Erwerbsunfähigkeitsrente im Jahr 2000 in Anspruch genommen und deshalb gelten die Zurechnungszeiten, die für Sie im Jahr 2000 berechnet worden sind und nicht die neuen Zurechnungszeiten, zum Beispiel aus dem Jahr 2019. Sie müssen bitte bedenken, wir haben jetzt insgesamt drei Änderungen der Zurechnungszeit in den letzten Jahren gehabt. Am 1.7.2014, da ging es hoch von 60 Jahre auf 62 Jahre Zurechnungszeit. Dann vom 1. Januar 2018 von 62 Jahre auf 62 Jahre und drei Kalendermonate. Dann sollte es so eine stufenweise Erhöhung geben und dann kam der Gesetzgeber im Jahr 2019 mit der neuen Zurechnungszeit 65 Jahre und acht Kalendermonate und die steigt stufenweise pro Kalenderjahr an. Jetzt haben wir zum Beispiel für das Jahr 2020 eine Zurechnungszeit von 65 Jahren und neun Kalendermonaten. Und das geht dann hoch bis auf 67 Jahre Zurechnungszeit. Tut mir leid, ich kann Ihnen keine bessere Antwort geben. Zurechnungszeit wird nur anerkannt für die Rentnerinnen und Rentner, deren Rente tatsächlich in dem Jahr der neuen Zurechnungszeit beginnt und nicht davor oder ganz weit davor. Näheres zum Thema Zurechnungszeit finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Vielen Dank.